warum kann er das blocken herzlich willkommen auf doms anker channel heute zeige ich euch vor einer eins gegen eins wie man sieht in der hoffnung dass ich da ein bisschen mehr reise als im 4 gegen 4 mein gefühl sagt mir allerdings eher nein mal schauen wenigstens haben wir den noch runterkaut jetzt ist er er ist doch nicht tot warum lebt er noch das war meine einzige chance so man versucht man das ganze jetzt noch mal alleine hier bis hier aus zu reißen so ganz habe ich weiß nämlich noch nicht überrichten ob das bitte richtig funktionieren soll das ist so gründig also mal ganz im ernst das spiel macht keinen spaß das ist so voll behindert warum ist er mit einem schweren angriff schneller als mit einem leichten natürlich bist du so schneller als ich es ist so gründig natürlich bist du so schneller als ich es ist so gründig war das ein grins schauen wir noch mal jedem eins gegen eins was reißen der hat den schneiden eigentlich ist es nur butt mashing voll behindert oh man nicht cool nicht cool sehr lästig warum kann er das blocken nicht cool nicht cool Ach, komm schon, das ist doch behindert. Der Hung will einfach nicht aufgehen. Runde 3. Runde 3. Runde 3. Runde 3. Meine Fresse, ey. Runde 4. Runde 3. Das ist so ein Unsinn. Runde 3. Und somit vielen Dank fürs Gucken. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Domi.